Wie sehr senne ich mich nach dir und deiner Gegenwart. Ich sehe das aufgebrochene Land vor mir, den Boden, den du bereitet hast. Tag und Nacht will ich über dein Wort nachdenken. Wachsen durch den Austausch und die Gemeinschaft mit der Church Family. Immer tiefer sollen meine Wurzeln reichen. Wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. So will ich sein. Immer näher zu dir. Immer tiefer in deine Gegenwart eintauchen. Deine Schönheit bewundern. Bei dir glüh ich auf. Es gibt nichts Schöneres, als dich anzubeten. Ich liebe den Ort, an dem du wohnst. Denn da ist mein Zuhause. Hier wird alles neu. Ja, bei dir wird meine Dunkelheit hell. Bei dir in deiner Gegenwart finde ich Vergebung, Kraft, Freiheit, Geborgenheit, Ruhe, Liebe, Hoffnung und eine unbeschreibliche Freude. пуfe. Untertitelung des ZDF, 2020